Outright Games Nickelodeon 3D Cloud Epilepsiebehandlung Oh ja, ich glaub da dreht Ball am Rad her Dieses Spiel unterstützt die automatische Speicherung Bitte unterbrechliche Speichervorgerung Sammle zu viel Lecker Und damit recht herzlich willkommen zu Purple Fall Grand Prix Wir testen mal und schauen mal rein Dienstagmorgen 0.55 Uhr Testen wir das mal drücke auch zum Starten Viel Spaß damit Neues Spiel Bestätigen Bestätigen Jo Ein neues Spiel auf diesem Speicherplatz beginnen? Jo Rennen Ähhhh Ich würde sagen wir machen einfach mal ein Rennen oder? Willst du das Erklärvideo starten? Nö Nö Wähle einen Rennmodus Sofortrennen Sofortrennen Wir machen mal hier ein Sofortrennen Ja Willst du ein zufälliges Rennen starten? Ja Wir machen ein zufälliges Rennen Die Straßen der Stadt Abenteuerbucht Die Straße der Stadt Abenteuerbucht Na ist es halt nicht hier das absolute grafische Highlight aber es sieht lustig aus ja Ich hätte vielleicht zuerst das Erklärvideo machen sollen ne? Ich muss die ganze Zeit A drücken Ja hallo Kann ich da noch was anderes machen? Oh ich hab Oh ich hab Ich hätte ja vielleicht was erklärt haben Ja Wär vielleicht ein bisschen geschickter gewesen ja Wär etwas geschickter gewesen ja Wär etwas geschickter gewesen ja Bapapapap Bapapap Bapapap Ja Ah ja Aber so bin ich gar mal so schlecht, für Kinder, die sie jetzt keine Nintendo haben oder so. Das ist gar mal so übel. Ich schlag schon vorne, ne? Ich muss die Dinger halt vielleicht mal mitnehmen, ne? Aber es ist halt immer permanent A drücken und das ist halt für mich nicht so einfach, ne? Nu. Jo. Oh ja. Nu klinge ich hier gar mal so schlecht, ne? So, das könnte es aber noch etwas werden hier, ne? Hallo? Ja, aber geht da halt durch die permanente Drückerei, ich komme mit dem Daumen, ne? Ich bin der Erster. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Erster Sieg! Rennen neu starten. Zurück. Hauptmenü. Gehen wir zum Hauptmenü. Rennen. Abenteuer. Rennabenteuer. Sammlung. Sammlung. Zieh dir deine Sammlung an. Mützen. Scans. Streckenstatistiken. Rennen. Rennen. Abenteuer. Machen wir ein Abenteuer. Ja. Da wird noch ein bisschen was sehen, jo. Du fährst mit dem Hund, den du für das ganze Abenteuer ausgewählt hast, ein Rennen, bis es beendet oder aufgegeben wird. Okay. Zuma. Skye. Zuma. Skye. Zuma. Rocky. Trümmer. Marshall. Choice. Ah, Choice ist gut. Chase. Ryder. Hm. Ryder ist von Schildgeschütze allein weg, bis er berührt wird. Chase. Aha. Ah. Wen nehme ich den jetzt? Ich glaube ich nehme ihn, Chase. Ja. Okay. Eine gute Wahl. Pass deine Spielfigur an. Mützen. Ah, hab ja. Habe ich aber keine. Okay. Damit. Bestätigen. Skins. Altere auch keine. Standard. Altere auch keine. Wähle eine Strecke. Die Straßen der Stadt. Schließe das Rennen auf Platz 3 oder besser ab, um das nächste Rennen freizuschalten. Okay. Starte das Rennen. Okay. Mal gucken mal. Mal gucken mal. Mal gucken mal. Mal gucken mal. Guten Morgen allerseits. Heute ist ein besonderer Tag hier unter der Stadt. Mal gucken mal. Mal gucken. Mal gucken mal. Mal gucken mal. Mal gucken mal. Okay. Okay. Habt ihr das gehört? Wenn man sagt, wir sind Bürgermeisterin. Wir sind ja auch der Bürgermeisterin. Ja, das ist ja auch der Bürgermeisterin. Ja. 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 Heute findet das Rennen in der Argenteuerwucht statt. Henrietta, wir dürfen keinen Moment verpassen. So, erzählte mir noch vom Berger. Oh ja, das wird bestimmt ein spannendes Rennen. Denk ich auch. Kann ich jetzt mal loslegen? Die haben wir ja gerade eben schon gefahren, also kennen wir uns ja auch. Was? 17 Runden? What? 17, hat er gesagt. Really? 17 Runden. Ne, 3 Runden. Äh, hab grad gedacht, ja. Fey, geh weg doch. Platz da, jaaaääh. I must win the race. Musst ja nur Dritter werden. Mehr muss ja gar nicht machen. Mehr brauche ich ja gar nicht. Roh lijigi. Oh, die Sisi. Ah, geht schon ab, ja. Aber er hat auch nicht gerade die schnellste Karre, gell? No! Weg da, weg da! Ja, hallo? Dammit! Weg da! Ja, da kommt ja nicht in die Gänge hier. Ja, simpel, fahr jetzt zu, ja. Ja! Jetzt habe ich diese Scheiße schon noch vor mir. Also gerade das mit diesem Konfetti da vorne auch, das ist halt schon nicht gerade dieses Mega-Highlight. Aber wie gesagt, für Kinder ist das halt immer eine lustige Sache. Darf man ja nicht vergessen, dass ich für Kinder habe. Das ist ja für kleine Kinder geeignet, ne? Obwohl, für kleine Kinder schon sind, wir sind ja alles Kinder, ne? Irgendwo. Und dem her... das ist ja auch eine gute Einfluss. Juhu! Das ist ein Peufler-Chaise! Das ist ein Peufler-Chaise! Hehehe, Komm Baby, komm vorhin zu mir, die Ole Dame den... Ah, wie easy, oder? Wie easy! Abenteuerbuchtstrand, ich komme! Naja... Oh, Everest! Ah, cool! Toll gemacht! Du hast das nächste Rennen freigeschaltet! Nächstes Rennen! Okidoki! Sehr gut! Alle Teilnehmer in der Startaufstellung! Die Rennstrecke ist der perfekte Ort für ein spannendes Rennen! Stundenlange Konversation hier! Füllfreunde, seid ihr bereit? Kein Rennen zu groß, keine Pfote zu klein! Da hat mir der Ander mit seinem Luftdingster besser gefallen, ja! Aber jo... Ich finde den hier mit seinem Ding etwas langsamer, der Polizist. Mal schauen was das für das Kräger ist! 3, 2, 1, los! Ich bin bereit, Rainer! Ich habe noch keine Tröne am Start. Keine Sirenen kann ich noch nicht. Können vielleicht in meinen Augen noch ein paar mehr Gimmicks haben oder so. Müssen wir mal als Tutorials spielen, um zu wissen. Also mit B, man muss A drücken und gleichzeitig dann B, dann geht die Sirene, wenn man sie hat. Aber noch bin ich gar nicht so schlecht, oder? Oder was meinst du? Kann man halt nicht vergleichen mit Mario Kart. Ja. Kann man nicht vergleichen mit. Alle liegen noch hinter mir. Riesig Snack, ja. Ja. Ja, bleibts mal schön weg, ja. Schön weg bleiben, Leute. Ja, die Cop ist auf der Straße. Ich habe noch etwas mitgenommen. Mal mit. Wow. Yo. Ich hab auch gesagt, dass er was, was ich habe gehört? Ich hab mir hier. Ich habe mir hier. Ich bin jetzt mal auf der Welt. Hier ist es echt sehr. Hier ist es, hier ist es. Hier ist es, ich bin jetzt. Hier ist es. Hier ist es. Das war Randpirschen, ja. Muss man die Sirenen mal für die letzte Runde aufheben, ja. Noch eine Runde! Noch bin ich ja in Führung, ja. Noch bin ich in Führung. Oh, ich bin dann durchgefreitest. Schlecht ist schlecht, ja. So schlecht. Auf geht's! Da bin ich auch noch dran durchgefallen, das gibt's ja nicht. Ich hab keine Sirene. Boah, klassisch noch, ja, ey. Oh, ohne Grund her, ey. Guck an, guck an. Hey Freunde, legen los! Ha, welch Booster? Toll gemacht! Du hast das nächste Rennen freigeschaltet. Nächstes Rennen! Kein Dschungel ist zu groß. Ich hab nichts freigeschaltet. Habt ihr schon entschieden, wie wir euren Sieg feiern wollen, Freunde? War nicht fair. Ja. Aber, hallo! Aber, ich hätt'n Zoom mal nehmen sollen, ja. Aber, ich hätt'n Zoom mal nehmen sollen, ja. Ja, das wird die coolste Party, ich hab' zeigen! Aber wir alle können mal was probieren, ja. Ich hätt' auch nichts gegen eine Party. Mach's mal nicht ihr dazu. Gefällt euch sowas. Kätzchen? Macht euch bereit? Nickelodeon kennt ja auch jeder, den amerikanischen Kinder-Fernseh-Center, ne. Kein Dschungel ist zu groß. Habt ihr mal so spannend hier? Spielts ja auch normal, ne. Ja. Ich hätt' nicht wie ein Junge haben. 3, 2, 1, Los! Ich bin bereit, Reinhardt. Auf geht's! Ah, klar. Ich bin schon dran durchgefallen. Am ehrenseits ein paar schöne Strecken. Sieht schon lustig aus, ja. Also motzen kann man von der Grafik mit Sicherheit nicht, ne? Und witzig ist sie auch, ne? Ah, da hätte man abkürzen können, aha! Ich habe keine Sirene. Das ist gar nicht gut. Corp is coming, Corp is coming. Da gibt es hier, irgendwo gibt es eine Abkürzung. Aber wo war die? Nein, jetzt kommen wir da durch die Scheiße! Nooo! Ich habe doppelt gemolzen, überhaupt nichts mehr. Ja. Ja, wunderbar. So ist halt immer das Ärger, die sind ja überhaupt nichts mehr süß hier. Die kommen aber ganz woanders her. Ja, das gibt es ja wohl nicht. Die kürzen doch immer irgendwo ab, ja. Ich bin der beste Bürgermeister der Welt. Ich bin der beste Bürgermeister der Welt. Ah, aber so schlecht fahre ich ja gar nicht mal, ne? Ah, immer schön auf der Strecke bleiben, den Turbo da mitnehmen und dann rupdiwup, schwubelibup. Bloß jetzt wird er ins Konfetti, wenn es kommt. Aber jetzt wollte ich doch mal wissen, wo die abkürzen. Irgendwo. Na, du nicht hier. Ah, da hätte man weiterfahren können. Ah. Oh ja, soll jetzt exit sein, oder was? Gibt es doch nicht. Ja, jetzt bin ich ja ganz weit hinten. Aber ist ja ganz schlecht. Ich bin ja ganz schlecht. Ich bin ja ganz schlecht, ja. Geheimschwür und Schill. Ich brenne. Dann bin ich! Oh! Oh, war das knapp. Leck mich an den Tisch. Hey, ich bin ja ganz schlecht. Ah ja, grandios, oder? Abenteuer-Bucht-Strand, ich komme! Damit können wir wieder hier was geschenkt bekommen, ja. Toll gemacht! Du hast das nächste Rennen freigeschaltet. Nächstes Rennen! Nadelbäume im Schnee! Ein Rennen im Wald? Wunderbar! Gut gemacht, Paw Patrol! War das nicht toll, Henrietta? Diese Formel 1 ist ein voller Erfolg! Oh ja! Tannenzapfenbald! Es geht los, los, los! Los, los, los! Äh, das ist Kindy, oder? Nadelbäume im Schnee! 3, 2, 1, los! Elston Jackson, Elston Jackson! Boah, schön dran durchgefahren, ja, so liebe ich dich! Ist halt auch glatt, ne? Ja, holen wir überhaupt noch was, ja! Ja, holen wir überhaupt noch was, ja! Aber, ja! Kann man auf jeden Fall lassen, ja! Ah, hätt mal wieder abkürzen können! Juhu! Muss ich halt auch öfter spielen, um die ganzen Strecken zu kennen, ne? Oh Gott! Noch zwei Runden! Ich hab keinen... Ding hier! Ich? Wuhu! Ah! Oben liegt, steht ja was! Das ist ein Fall für Chase! Ah! Das war jetzt aber nicht schwer, ja! Ich fahre mir so lange. Ah, ich fahre mir so lange. Ah, ich fahre mir so lange. Ah, ich bin so lange. Was bekomm ich? Ah, jetzt bin ich dran durch! Das gibt's doch nicht! Die Mempelur drin, das ist schlecht. Gibt mal was Gescheites. Was bekomm ich? Was bekomm ich jetzt? Was bekomm ich? Was bekomm ich? Was bekomm ich? Oh Gott! Das ist dein Palfeer Chase! Gebt mir was gescheites, bloß kein Kuchen. Tur Bowl, Spitzig. Bier, Rennen, Bier, Sie.약 pas überr in den Mär. Applaus, 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 hier. Toll gemacht. Du hast das nächste Rennen freigeschaltet. Nächstes Rennen. Allpoden auf Sandtür. Okay. Und tschu! Ich habe Sand in der Nase. Der Strand. Wow. Ab ins Wasser. Allpoden auf Sand. Ja, komm. Chicken, mach los. Wasserwanderbekommen. Kuchen. Pancake. Bauen wir weg. Den will ich nicht. Ja. Wirbel-Fürmchen. Hier Heimspiel und Scheiß. Das, was nicht so gut ist, das kann man gleich wieder wegleeren. Schmeckt mich hier ab. Das ist ein Fall für Chase. Das, was nicht so gut ist, das kann man gleich wieder wegleeren. Nimm das vor, Betreuung. Yippie. Hahaha. Der Heimspiel und Scheiß. Dammit. Da. Der Heimspiel und Scheiß. Der Heimspiel und Scheiß. Der Heimspiel. Scheiß. Wie er bestuoben da. Ah, er ist sehr unübersichtlich, die Strecke auf jeden Fall, ja. Oh neeeeee! Oh neeeeee! Oh neeeeee! Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhh! Schicks und alle herr! Heiliges Blechler! Heieiei, jetzt kann ich auch bald nicht mehr her, ich sage, strengt halt alles an, ne? Oh, Tracker, cool. Also ich denke mal her. Tracker, du hast das nächste Rennen freigeschaltet. Nächstes Rennen. Ich bin hungrig vom vielen Laufen. Robby. Auf dieser Strecke wird mir ganz schwindelig. Fäuermann? Was ist der Tracker? Los, auf geht's hey Freunde! Ich bin bereit für das Rennen! Okay. Karnalkurbel, aha, okay. 3, 2, 1, los! Ich bin bereit, Rainer! Aber vor allem ist es auch easy zu erklären, ja. Erklärt sich ja von selber und dann ist immer gut, ja. Die Musik ist lustig! Spiel ist lustig! Oh, ganz geil, ja. Das ist ein alter Chase! Das ist ein alter Chase! Das ist scheiße, du ne Kuchen. Brauchen wir nicht wieder, der Cookie! Wie haben wir denn? Ah, da kann man auch abwärts, aha. Ja. Na, der ist aber nicht gut, ja. Boah, ich bin doch dran durch, ja. Scheiße! Ich werde der beste Bürgermeister der Welt! Das ist ein Pfeil für Chase! Noch zwei Runden! Scheiße! Scheiße, wirbelwinter! Den mag ich da an, ey! Den mag ich da an, ey! Den Turbo reinhauen! Den ist das Beste, den Turbo, oder? Der ist einfach weg, ja! Du bist natürlich kein Dennis, der will. Und schon mal geht es! Nein, nein, nein! Diesmal nicht! Diesmal nicht! Diesmal nicht! Das ist ein Harter Chase! Ich habe noch eine Runde. Das ist ein Pfeil für Chase. Gib mir doch mal ein Turbo. Kuchen brauchen wir nicht. Kuchen brauchen wir nicht. Vor allem wieder die Abkürzung. Wenn es eine ist. Oh, nee. Das ist ein Pfeil für Chase. Bloß nicht da rein. Nee, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. No! Ah! Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter. Das war nichts. Nö. Zweiter. Toll gemacht. Du hast das nächste Rennen freigeschaltet. Hauptmenü. Bist du sicher? Aber ja. Soll ja nur so ein kleines angetestet sein für heute. Aber Rennenswitziger. Was haben wir in der Sammlung? Mützen. Skins. Hundeformel 1. Spielstatistiken. Streckenstatistiken. Spielstatistiken. Rennen. Einstellungen. Spielen. Abenteuer. Rennen. Abenteuer. Rennen. Rennen. Bist du halt beim nächsten Mal. Und. Vielleicht spiel ich ja mal wieder. Kann man immer mal so zwischendurch. Weil man dann dran. Langweilig ist. Und man nicht besser satt. Und immer dran denke ich für kleine Kinder. Aber auch für große Kinder. Macht auf jeden Fall Laune. Kann man nicht meckern. Gibt Schlimmeres. Würde ich sagen. Wie schnapp. Es ist jetzt von der Leute. Gibt Schlimmeres. Wofürländer.